Bärchen. Kilbo. Mit dem lustigen Bärchen. Ja, ja. Was nun, Schlachtenvogt? Mathisen? Ja, her. Machen wir. Was ist denn Mathisen? Ach, da ganz hinten. Nehmen wir hier noch überall rum. Ein Brechermine, offenes Verlies. Ich erinnere mich kaum mehr. Ich kann aber frei betreten werden. Kann ich das alleine machen? Da bräuchte ich auf jeden Fall eine Gruppe für. Wollen wir noch mal deutsch machen. Mein Hirn ist noch matschig als fresh. Oh. Das glaube ich. Bei dem einen kann ich ja mal gucken, ob Leute da sind. Ich kann kurz mit dem Kreisberg ab. Das kannst du gerne machen. Mich freuen. Wie überlebe ich das? Oh. Ich habe Angst, dass ich gleich sterbe. Kann halt auch nicht warten, ne? Ja. Äh. Warte. Ey, Dariel. Nur damit du halt auch siehst, wie es geschrieben wird. Müsst ihr auch mal wieder spielen. Gesundheit. Wissen Sie, ich will nicht sagen, aber gar nicht. Aber viele wissen halt auch nicht, wie er geschrieben wird. Deswegen. Ja. Ey, Dariel. Statt dem, 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 dem Arm, aber im Twitch-Namen einfach EL. Ja, Iron, solltest du mal wieder. Sofern du Spaß dran hast. Ich habe jetzt auch wieder angefangen. Ich habe mich schon wieder in die Welt verliebt. Ich habe mich schon wieder in die Welt verliebt. Ach, alles gut. Alles gut. Uuuh. Ich habe wieder in die Welt. Hm. Hm. Was ist denn so? Und, äh, ansonsten halt, wenn es über Dings geht, Add-Aidaria-Aidaria-LP. Das wäre dann der andere Name. Die User-ID. Huch. Ich war gerade selber blöd. Wenn es über Charakternamen nicht geht, dann halt die User-ID. Kriegen wir doch auch hin. Irgendwie. Ich hoffe, ich. Kitty wirst du auch mal weiterspielen. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein. 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 Na mal gucken. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich drauf gehen werde. Hier werden alle sterben. Oh Gott. Hier werden alle sterben. Ja, hier werden alle sterben. Die Missgabe. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Komischen blauen Flammen. Dass ich mich grad verklickt hab weiß ich. Oha. Haut ab, ihr kleinen Viecher. Haut ab. Oha. 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 Oh. Oha. Das war's für heute. Das war's für heute. Hat doch geklappt! Easy! Hust, hust. Ich höre nur Mimi. Was? Was? Der sieht cool aus, der Charakter. Oh. 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 Echt? Da ist der Charakter. Ein weiser Hirsch, ein sogenannter Wirsch. Hyrule? Nein! Es ist kein Wirsch. Weiser Hirsch heißt Wein. Ich könnte ihn so benennen, ja? Ich könnte ihn so benennen. Und das könnte ich nämlich auch. Äh. Okay. Warte. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Passt doch. Die Zahnbrecher, Mina. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich da jemals drin war. Wenn das Thema auf mir reiten. Ich kann den Hirsch gleich, äh, umbenennen. Wenn wir hier raus sind. Oh. Verdammt. Hi. Was ist hier los? Rekokettmikroni. Oh, lecker. Gönn dir. Lass es dir schmecken. Glaubt ihr, sie könnte etwas mit dem Goblin zu tun haben? Mh, sicher. Ich kann euch aushelfen. Ich werde schauen, was ich herausfinden kann. Okay. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich habe gerade mit dir geredet. Aber sie sieht cool aus mit dem Grün. Aua. Kein Kommentar. Ich der, der halt irgendwo reinrennt. Ready? Nein. Das geht. Gut. 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 Ähm, okay. Hallo, Colum! Ihr könnt sprechen? Sag mir, was mit den Goblins hier vor sich geht. Wer ist die Altmeer, die ich gesehen habe? Elfin ist Nelania. Sie machen Geschäft mit Zahnbrecherstamm, Rüstung und Waffen für Hilfe. Sie sogar geben... Ich weiß nicht, wie man auch sagt. ...Kontrakt, ja. Könige und Fürsten von Elfen müssen Abmachung einhalten. Äh, wo ist dieser Kontrakt? Das Kontrakt ist im Bau, unten im Tunnel. Biss wird warten an Bau von Häuptlingen. Du werden sehen. Biss sagen Wahrheit. Ich werde mich nach diesem Kontrakt umschauen und euch danach beim Bau des Häuptlings aufsuchen. Biss wird nicht um Hilfe schreien. Biss verspricht es. Ja, Biss. Tu das. Mhm. Okay. 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 Noch mehr. Kleine süße Schnuckelz. Oh, hier ist irgendwo eine Himmelsscherbe. Da ganz oben. Ernsthaft? Ja gut, okay. Himmelsscherbe. Wir wollen zu dir. Wir brauchen dich, mein Schatz. Himmelsscherbe. Ich komme hier näher. Okay, auf einmal lebe ab. Hallo. Techen. Ich würde ja sagen, wir sind hier Jumpcatch, aber ich bin keine Katze. Hi. Wir brauchen so Mitteln, was? Wir müssen, glaube ich, aber wieder hoch. Doch, da und dann in die kleine Ecke. Ich schon? Ja. Oh Gott, kriege ich doch niemals hin. Wie ist das? Warte. Ich und Kisten looten. Ich sehe bis heute noch nicht genau geschickt, wie es funktioniert. Wir kriegen das noch hin. Warte. Nein. Nein. Kacke. Ja, warte. Wir kriegen das noch. Irgendwann. Ich habe ja noch genug Dietriche. Wir kriegen das noch hin. Yay! Ja, ich braue nur ein bisschen, bis ich weiß, wie man diese Kisten richtig looted. Hier, kleine süßen Viecher. Ja, first try. First try von hinten. Ach, so gut, nur einer. Das ist wohl schon niemand. Okay, wie nehme ich das jetzt? Kann man das jetzt annehmen? Ah, okay. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder genug Dietrich. Dankeschön. Das reicht für ein paar Kisten. Glaube ich. Hoffe ich. Oh, dann. Mhm. Das ist ungefähr, ich weiß gar nicht, ich glaube in Skyrim war es, wo ich es auch nicht hingekriegt habe. Da war ich auch blöd zum Schlösser öffnen. Ah, weiter. Äh, ach ne. Hier lang, glaube ich. Das Ding ist verwirrend. Das Ding ist ganz, ganz doll verwirrend. Keine Ahnung. Von da kamen wir anfangs. Du musst auf meiner Klarkommen. Ja, irgendwie nach da ganz hinten. Ich folge dir einfach. Ich würd schon sagen. Ach, das gute Gehirn aus dem Fensterwerfen ist. Wieso? Das sparst doch so. Für was wirfst du's denn aus dem Fenster? Oder gelten die Teleportvergünstigungen nicht mehr? Ich muss nachher wieder welche reinhauen. Achso. Ja, okay. Okay. Ja, ich mach ja nachher noch die Dingens rein. Sobald wir das Spiel wechseln, mach ich direkt dieses andere Ding rein. Ich muss eh kurz auf meinen Main schalten. Allein um zu gucken, ob ich was verkauft habe. Unsere Bauteile verkaufen sie nämlich gerade nicht. Ich bettel mich da gerade mit jemandem. Bezüglich der Kaufpreise. Also. Hier drüben. Befreit Kajit. Hallo. Jilandar ist froh, ein nicht grünes Gesicht zu sehen. Mhm. Was ist euch zugestoßen? Kajit hat sich selbst gefesselt und versucht eine neue Methode der Fellreinigung. Wonach sieht es denn aus? Kajit wurde gefangen genommen. Die Goblins sind los, um Karotten zu suchen, glaubt er. Kajit muss mit Karotten wohl lecker schmecken. Bindet Kajit los. Er hat euch etwas anzubieten. Ich werde euch losbinden. Ach, Kester. Kester. Okay, guck mal. Kester. Ruh. Und Frieden. Dafür fehlt es mehr Zeit. Ha. 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 Der Zahnbrechervertrag. Die Mitglieder des Stammes der Zahnbrecher einschließlich ihrer Unterstellten erklären sich hiermit einverstanden mit einem dauerhaften Allianz mit dem Schleiererbe und unterstellen ihre sämtlichen Mittel dem Erbe zur freien Verfügung. Diese Mittel beinhalten die Rekrutierung von Mitgliedern des Stammes der Zahnbrecher als Arbeiter und Krieger nach Gutdüngen des Erbes. Als Gegenleistung versorgt das Erbe den Stamm der Zahnbrecher mit Waffen und Rüstungen aus ausgemustert Beständen. Was ist das denn für ein Angebot? Und? Ein paar Waffen verstecken. Hier in der Rinne bringt die Waffen zu Jilandar draußen an seinem Boot. Er gibt euch einen Anteil an seinem Gewinn. Es ist eine düstere Zeit für das Dominion und sie werden diese Waffen nur zu gerne kaufen. Abgemacht? Ich werde die Verstecker finden und euch dann draußen vor der Höhle treffen. Katzenwesen sind hier mit langen Haaren kurz. Ja. 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 Achso. Warte. Ich bin gerade der Person da gefolgt und nicht hier. Gut. Äh. So. Nein. Ja. Tadam. Aber ja, die Katzenwesen sehen etwas seltsamer aus. Okay, ich muss einmal in die Mitte. Nach da. Nach da. Und wieder da. Ich bin nicht mehr genug. Das ist gut. Ich bin nicht mehr in die Mitte. Okay. Hier unten, der ist er schon. Oder er ist. Er ist etwas. Ich hänge. Vorrat an Klingen. Okay. Links, rechts und Mitte. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? nicht. Nein. Wenn ihr auch nur krächzt, werde ich euch mit Pfeilen... Gut, ihr seid hier. Ich habe diesen kleinen Fiesling beim Spionieren erwischt. Ich wollte ihn gerade von seinem Elend erlösen. Halt! Der Goblin hat mich angewiesen, einen Kontrakt zu finden. Ihr werdet euch das hier ansehen wollen. Lasst mich einmal sehen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kann mir kein Gericht der Welt vorstellen, dass das hier ernst nehmen würde. Der Wortlaut ist nicht einmal zugunsten der Goblins gewählt. Meinen Sie, sie könnten sich damit irgendeine Art von Status erkaufen? Mh. Die Goblins wissen das wahrscheinlich nicht. Aber täuscht euch da bloß nicht. Sie sind immer noch Goblins. Wenn wir diese Allianz hier und jetzt zerschlagen könnten, würde uns das trotzdem einigen Ärger ersparen. Vielleicht kann man denn mit dem Häuptling reden. Bis hier kann ich ihn wissen lassen, dass ich in Frieden komme. Sehr edelmütig von euch. Ich lasse euch dann mal an die Arbeit und gehe hoch, um nachzusehen, ob das Signalfeuer schon für Verstärkung gesorgt hat. Zerschlagt diese Allianz und sucht nach dieser Nelania. Seht mal, ob sie gerne mit scharfen Gegenständen bedroht wird. Ich traf euch am Eingang, sobald ich die Lage geklärt habe. Sie sagt dem Häuptling, ihr wollt sprechen. Komma. Komma. Kiste. Hi. 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 Und ich lese es gerade im gleichen Moment noch. No? Was? Ja! Mmh... was von dir die Fütte davon... Ja... Ich bin auf jeden Fall froh, dass du mitkommst. Ich glaube, ich hätte mich einfach mal so dreimal verlaufen. Okay. Und jetzt wieder raus. Ja. Jetzt können wir scheinbar raus. Warte mal, ich gucke aber noch mal. Äh, Tango Quests. Plastiener. Hm. Nee, mit dem Häuptling sprechen. Ah, der Häuptling wäre dann da hinten. Okay. Macht Sinn. Hm. Gemütlich. Möchte ich da einer hinhängen? Freiwillig? Hm. Äh. Ja gut, aufwärts. Na doch, wir können auch so rum. Das ist, glaube ich, einfacher. Hi. Haben wir in jeder Richtung einmal gesehen. Äh, ein Wolf ist ein vielsorglich und sehr royales Tier. Hilft auch seinem Rudel. Nasser als ein Hund. Hunde... Hier bin ich ein bisschen weinrichtige Hassis. Ja, um Hunde. Immer auf die Hunde. Wenn es weitergekommen ist, kann ich das Ding hier auswenden. Wenn es weitergekommen ist, kann ich das Ding hier auswenden? Ich bin ein Serenator ehrer Hund. Oh. Ja. versteckt das häuptlings was kommt denn jetzt ihr müsst gut sein der häuptliche zahnbrecher stammes der kontakt den in den landen mit eurem volk eingegangen ist beruht auf einer lüge weil ich mich zum reden anstatt zum kämpfen entschlossen habe vielen dank ich werde mich um diese elfen kümmern hier noch irgendwas im wurde gibt es nicht so menschen der hund ist auf dem mensch fokussiert da kommen abgenossen erst später auch nett da vorne jetzt sind wobei ich muss sagen ich bin auch fehlerisch was man essen teilen angeht hoch war zu schnell die sendung mit der alon heute im programm wo von haute iron du machst heute eine lehrstunde habe ich gehört wartet hört mich an ich habe nicht den wunsch euch heute zu bekämpfen ihr müsst der lenien sein ist das eine art trick nein kein trick ihr habt euch auf dem weg hierher an allen goblins vorbeigeschlichen oder sie abgeschlachtet daher mache ich mir keine illusionen darüber wie ein kampf gegen euch für mich ausgehen würde lasst uns das lieber ausdiskutieren natürlich nur wenn ihr euch zügeln könnt und euch zuhören wie zuvorkommend von euch meine bedingungen sind ganz einfach im austausch für mein leben werde ich aus dieser höhle verschwinden und die goblins dem schicksal überlassen und eure kameraden vom dominien ihnen zugedacht habt ihr könnt euch sogar sämtliche beute schnappen die erfindet warum habt ihr diese goblins getäuscht weil sie sich so leicht aufs kreuz legen ließen weite teile des schleiererbes meinen wir wären bereits auf der verliererstraße es war leicht die goblins gegen ihre ehemaligen meister aufzuhetzen wir sind bereit jedes mittel einzusetzen um unseren kampf auf augenhöhe führen zu können ihr glaubt dass ich euch trotz einfach schon was bringt es denn für so etwas zu sterben gegen euch mache ich wahrscheinlich keinen stich und die zahnbrecher sind nicht so nützlich wie ich dachte es bringt also nichts diese charade aufrecht zu erhalten abgelehnt ja ne passt das schluckt sind doch alle mit einverstanden los das ist nichts dran nichts dran nichts dran ok ok passt passt so naja jetzt können wir zum ausgang lap anja jetzt anja 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 Oh, Jiu. Oh, ist nett. Sobald wir draußen sind, muss ich auf jeden Fall gleich erstmal wohin. Echt fix. Beziehungsweise ich mach's, glaub ich, schon vorher. Wenn jetzt hier nicht noch irgendwas kommt. Na komm. Doch, wir geben schnell von danach geht ganz kurz. Nelania ist tot. Der Handel mit dem Zahnbrecherstamm ist sinnfällig. Hervorragende Arbeit. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Da die Verstärkung nun hier ist, können wir uns so friedlich wie möglich um die Goblins kümmern. Das hat natürlich seine Grenzen, aber ihre Bereitschaft, sich aus den Kämpfen herauszuhalten, könnte sie alle retten. Sehr schön. Jo, ich geh einmal ganz kurz raus. Until then. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017